So und ich hoffe ihr versteht auch dass ich jetzt nicht so viel rede jetzt dann weil ich muss mir erstmal überlegen wie ich hier den Unterschlupf zusammenbauen will würde ich sagen fange ich hier einfach mal den Boden kurz ins Tiefersitz äh zu setzen ja wenn Moment hab ich ja natürlich da hab ich genug davon für einen Ofen da kann ich mir auch gleich noch das Fleisch brennen ähm da brenne ich mir jetzt aber erstmal hier noch kurz ein paar von denen ähm fangeln brauchen wir auch noch aber nicht so viele und es kann wohl so sein dass uns jetzt schon das Holz ausgeht also dann muss ich hier jetzt wohl noch kurz äh etwas Holz ähm besorgen ne also ich pflanze jetzt hier mal kurz den Baum noch hin aber wir müssen jetzt aber nicht unbedingt äh aus Holz da gleich losbauen also hauptsache es ist zu ich glaube ich mach meine Schaufel mach die Erde hier weg und versuche dann die Erde zu machen also wie gesagt wenn ich dann nachher anfangen zu bauen dann bin ich auch ein bisschen dann habe ich auch nicht zu viel weil dann muss ich mich halt nicht mehr konzentrieren und ich nehme an dass man auch merkt dass ich ein kleines bisschen äh nervös bin oder besser gesagt dass ich jetzt gerade nicht so rede als äh wie wenn ich normalerweise rede weil das liegt halt einfach daran dass das jetzt gerade mein erstes Let's Play ist ist ja natürlich für den Dialekt äh kann ich ja auch nichts dafür also ich sollte euch nicht stören wenn ihr das hier anschauen wollt also ich sag ja jetzt auch nicht ähm wenn ihr mich abonniert habt dann müsst ihr euch unbedingt den Dreck hier angucken was ich hier wieder zusammen ach geil was ich hier da deshalb hab ich gemeint ich labere hier nicht zu viel ja ähm nein also ich zwinge euch ja nicht das Ding hier anzugucken also beschwert euch bitte nicht über meinen Dialekt ähm wir haben ein Bett ich mach das jetzt hier mal kurz so ach so von hier hier spawnt sowieso nix hoff ich äh ah ähm fuck machen wir es halt so ähm ich brauche jetzt unbedingt ein Bett bevor hier irgendwie draußen noch was spawnt so und damit hier ach da hab ich schon ne Frage gut und dann sag ich mal gute Nacht und bis gleich ach ach tschuldigung ähm ähm ja also jetzt mal kurz überlegen ich werd hier wahrscheinlich Glas machen da unten ist ein Creeper ähm die kann ich jetzt natürlich entgegenspringen aber das mach ich jetzt nicht ähm Schwert hab mir übrigens auch kein das fällt mir grad auf ähm so jetzt können wir natürlich mal noch das Essen hier ähm braten kochen ne egal ja ja also ähm ich werd jetzt hier auch nicht groß erzählen wie ich es mir jetzt hier vorgestellt habe gerade hier wie der Unterschlupf aus dem Sonntag wie Gott oh Gott äh weil Moment tut mir leid ja weil ähm wie gesagt wir also ich bin ja nicht sicher ob wir hier nicht dort unser Haus noch irgendwo in die Nähe bauen dann finden wir den Unterschlupf also ich glaub wir ich lass den Unterschlupf mal dass ich ihn später noch mit einem Haus oder so verknüpfe und deshalb guck ich auch dass es jetzt einigermaßen gescheiter aussieht dann wenn ich hier fertig bin bin ich mir nur nicht sicher ob ich es aus Stein oder aus Holz mache ähm den Stein brauch ich für den Boden aber ich würd sagen ich hab kein Werkzeug ja ähm ich würd sagen dass ich hol mir jetzt eher mal Holz noch so und pflanze hier noch was an ne Kiste wär auch ganz nett aber naja ähm jetzt muss ich hier noch grad überlegen welches Holz ich nimm weil die Holzsorten sind ja jetzt anders je nach Baum nachdem ich äh also je nach welch je nachdem mein Gott je nachdem welchen Baum ich äh hier erfälle also für die Alarmholz wir werden auch äh also auf jeden Fall ist es bei Birken so ich bin mir jetzt nicht sicher ob es hier bei dem dunklen Holz auch ist ähm dass die Farbe von den Wutten Blanks sich äh sag ich jetzt mal anpasst das heißt bei Birken Holz heller ist als bei normalem sonst bin ich mir nicht sicher ob hier bei bei dem dunklen äh dass das Holz dann auch dunkler ist da fällt mir grad mal noch ein ich könnte mal die Musik ein kleines bisschen die hab ich vorher noch mal runter gedreht grad so 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 Vielen Dank.